Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Warum frage ich euch, ob es euch überhaupt gut geht? Wir pumpen ohne Ende, sage ich mal, beziehungsweise ja schon mit Ende, aber wir haben die 47.000 US-Dollar durchbrochen. Wir waren sogar ganz kurz davor, die 48k noch rauszunehmen. Also im Endeffekt ist das passiert, was wir eigentlich uns fürs Wochenende gewünscht haben, auch wenn es nur die letzten 2, 3, 4 Stunden vom Wochenende waren. Wir sind in diese fette Widerstandszone hier reingekommen da oben, haben die erste Liquidität rausgenommen, was extrem wichtig war auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir schauen, wie geht's weiter. Bevor wir starten, würde ich sagen, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt starten wir auf jeden Fall durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 47.200 US-Dollar. Es sieht wirklich gut aus. Wir hatten auch schönes Volumen in dem Pump, also sogar noch höheres Volumen als die letzten Male und das vor allem noch an einem Wochenende. Das Einzige, wo wir jetzt noch ein bisschen drauf aufpassen müssen, ist, wir haben unser 7i-Gap bei ungefähr 47.700 US-Dollar. Heißt, wir könnten auf jeden Fall hier nochmal in diesen Bereich hier runterkommen. Wäre dann auch dieser Retest, den wir hier von dieser ehemaligen großen Range hätten, also unserer 3-monatigen Seitwärtsphase oder über 3 Monaten, wäre Bullish. Trotzdem würde ich immer nochmal ein bisschen vorsichtig sein, diesen Retest dann vielleicht zu long, weil ich immer noch so die Möglichkeit sehe, eventuell hier unten nochmal in diese 43k-Region reinzukommen. Es wäre nicht mega bearish. Wir haben auch hier noch die EMA Ribbons, das heißt, die könnten dann auch noch hier in dieser Region 43, 43.5 sein. Schließt es mal nicht unbedingt aus. Ich habe mir hier unten auch nochmal zur Not einfach mal Orders reingelegt. Die Long-Position läuft momentan noch, sind aber jetzt mittlerweile Profite genommen, weil wenn wir hier in so einen fetten Widerstandsbereich reinkommen, auf jeden Fall die Position zumindest verkleinern oder erste Profite entlang nehmen und dann schauen wir weiter. Aber trotzdem, dieser Retest nach hier unten ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, bevor wir dann einen neuen Anlauf starten, nach oben hin auszubrechen. Und dann wird es natürlich interessant, also die nächsten Widerstände ist dann hier so eine pumpelige 8-Stunden-Supply-Zone, wo ich jetzt denke, ganz ehrlich, dass wir da jetzt nicht so lange drüber kommen. Wir haben dann noch diese ehemalige rote Widerstandslinie, die dann auch so bei 51.000 US-Dollar folgt. Aber ich meine, es ist noch Zukunftsmelodie. Also wir müssen, wir dürfen jetzt nicht wieder zu bullish hier werden, sage ich jetzt mal. Also nicht jetzt hier gleich wieder von 56k, 100k oder sonst was reden. Wir haben jetzt den ersten Widerstandsbereich, wir sind da noch nicht durch. Das heißt, ein Rücksetzer ist nicht ausgeschlossen, einfach um auch hier vielleicht mal den RSI, der jetzt mittlerweile auf dem 4-Stunden-Chart bei 83, 84 ist, nochmal so einen kleinen Rücksetzer zu geben, so eine Art False-Move-Monday zu machen. Ist eine Möglichkeit, Rücksetzer dann mit neuem Schwung hier im nächsten Step die 52k. Und wenn die 52k durchbrechen, dann können wir hier wirklich von den 56k reden. Und dann wird sich sowieso entscheiden, ist das jetzt ein Deadcat-Bounce bei den 56k, ist unser Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung. Werden wir dann sehen. Momentan ist es wirklich noch ein bisschen zu früh, aber es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir haben Wochenende-Liquidität rausgenommen, was wir ja schon letzte Woche, Anfang der Woche besprochen haben. Es ist wichtig, dass wir hier übers Wochenende einfach diese Liquidität da oben, die in den Widerstandszonen drin ist, einfach mal rausnehmen. Zumindest schon mal am Wochenende abgrasen, Montag nochmal einen kleinen Rücksetzer und dann mit neuen Schwungen, neuen, sag ich mal frischen Kapital, da wirklich durchkommen. Aber das war so der Move, den wir Anfang der Woche schon letzte Woche besprochen haben. So kann ich mir das jetzt auch vorstellen, dass wir jetzt nochmal ein bisschen runtergehen. Ob wir jetzt die 43k antesten, fraglich. Aber mindestens hier dieser Retest von dieser ehemaligen Range, sag ich mal 45,5, wäre auf jeden Fall wichtig. Wir haben Weekly Close darüber, auch extrem wichtig. Habe ich ja auch gesagt, die 45,5 Weekly Close ist auf jeden Fall bullish. Trotzdem 43k im Auge behalten, 43, 43,5 ist noch eine Möglichkeit. Einfach um euch hier nicht, sag ich mal, wrecked zu machen oder sonst irgendwas. Passt da auf. Danach ist der nächste Step dann wirklich die 52k und dann die 56. Aber am Boden bleiben, immer noch ein bisschen mit Vorsicht. Wir haben einen hohen RSI, auch wenn wir jetzt die letzten Tage das immer wieder ignoriert haben. Trotzdem aufpassen. So, dann Ethereum, auch Pump nach oben. Wir haben das 0,382 endlich mal nach oben hindurchbrochen. Hatten wir zwar hier drüben schon mal zwei Fakeouts. Auch hier wäre nochmal die Möglichkeit. Also wir haben es hier fast bis zum Monats R1 geschafft, so wie bei Bitcoin. Danach kommt die erste Widerstandszone. Bevor wir dann wirklich freie Fahrt hätten hier in Richtung des Golden Pockets bei 3.800, 3.900 US-Dollar. Also auch hier ungefähr so das gleiche Setup wie bei Bitcoin. Wir kommen aus einer riesigen Seitwärtsphase. Haben jetzt endlich mal hier ein höheres hochgebildet. Das da drüben haben wir leider noch nicht rausgenommen. Das wäre dann nochmal exponentiell, sag ich mal, wichtig. Dass wir das hoch bei ungefähr 3.405 US-Dollar nochmal rausnehmen. Ansonsten retest dieser Range maximal vielleicht bis 3.000 US-Dollar nochmal. Ich weiß, es sind nochmal 10%, aber immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir haben erhöhten RSI und sonst was. Also ein bisschen aufpassen. Trotzdem aber die 3.150 wäre dann unser kleiner Abtrend. Ansonsten 3.350 US-Dollar. Retest, nächster Step nach oben und dann in Richtung Golden Pocket. Also das Golden Pocket passt so von der Confluence, sag ich mal, überall bei Bitcoin. Bei Ethereum wird auf jeden Fall sehr interessant werden, ob wir hier unseren Deadcat Bounce kriegen. Oder ob dieser Move dann wirklich nachhaltig ist. Cardano, wenig Änderung. Erstmal hier in dieser Range, sag ich mal, wo wir jetzt übers Wochenende gelaufen sind auf dem 4-Stunden-Chart. Also auch wenig Bewegung. Wir haben noch kein höheres hoch hier gebildet. RSI hat abgekühlt. Müssen wir auf jeden Fall jetzt mal aufpassen. Also sollte bei Bitcoin jetzt nochmal ein Retest kommen in Richtung die Region, wo wir angesprochen haben, wäre ich jetzt vorsichtig an eurer Stelle mit irgendwelchen Altcoins reinzurennen. Aber ich habe noch ein paar, sag ich mal, auf dem Schirm. Mana zum Beispiel. Hat zwar jetzt auch hier eine 4-Stunden-Barrish-Divergence. Nicht zu hoch gewichten. Wir hatten überall eine Barrish-Divergence. Sind dann einfach weiter nach oben hingepumpt. Aber Mana ist so ein Coin. Auch hier Adam & Eve Pattern. Wo wir auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hin haben, sag ich mal. Können natürlich sagen, okay, das wäre hier ein gigantisches Pattern. Oder auch ein doppelter Boden dann irgendwann mal. Ist mir jetzt ein bisschen zu weit. Also kurze Timeframes. Adam & Eve immer wieder höhere Tiefs da drüben. Müssen wir aufpassen. Das ist noch so ein Coin, den ich auf dem Schirm habe. Ansonsten, Engine hat jetzt auch langsam mal ein bisschen angezogen. Also so, jetzt kommen so langsam wieder diese Metacoins so ins Schwitzen, sag ich jetzt mal. Dogecoin fängt jetzt an zu pumpen. Nachdem wir hier diesen Monats-Pivot endlich durchbrochen haben. Nochmal Bestätigung der 4-Stunden-Emeral-Ribbons. Und jetzt pumpen wir auch hier nach oben. Der Trade läuft auf jeden Fall auch noch. Aber werde ich jetzt auch Profite nehmen. Shiba läuft endlich auch wirklich mal. Also sind wir auch schon seit Tagen im Trade drin. Sieht jetzt wirklich gut aus. Jetzt kommen wir auch hier an die Neckline, sag ich mal, des Monats-Pivot. Aber auch hier der RSI natürlich jetzt schon bei 82. Also wie ihr seht, wir kommen jetzt so langsam möglicherweise an irgendwelche Grenzen, wo wir jetzt aufpassen müssen und überlegen müssen. Lohnt sich das jetzt noch irgendwo Position, sag ich mal, einzugehen, wenn wir mit einem möglichen 10% Rücksetzer bei Bitcoin rechnen. Also jetzt wird es wirklich langsam kritisch. Wir haben viele Trades, sag ich mal, früh mitnehmen können. Aber trotzdem ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Nicht überhastet jetzt in irgendwelche Altcoins noch reinspringen. Das könnte jetzt dann langsam in die Hose gehen. Auch wenn das Marktumfeld jetzt erstmal bullish ist. Aber es ist Montag. Siem-E-Gap könnte gefüllt werden. Wäre nochmal 5% tiefer. Die 43k, also insgesamt 10%, sind im Bereich des Möglichen. Dann werden natürlich auch die Altcoins nochmal deutlich abkacken. Aber trotzdem, sonst sieht das Marktumfeld relativ gut aus. Litecoin fängt jetzt auch mal wieder endlich das Pumpen an. Also hier, auch so überall ist eigentlich so dieses Ziel dieser Monats R1. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal die Pivots reinsetzen. Das ist so mein übergeordnetes Ziel jetzt erstmal für den Monat, beziehungsweise für die nächsten Tage, je nachdem wie es läuft. Gut, was haben wir noch? ICP haben wir auch noch einen Trade-offen. Der explodiert auch komplett. 50% oder 60% habe ich jetzt rausgenommen. Stop-Loss auf jeden Fall im Gewinnnetz mittlerweile. Also den lassen wir jetzt erstmal noch laufen. Der könnte auf jeden Fall, sobald wir das hoch hier oben, auch beim Monats R1 ungefähr 24, 25 US-Dollar rausnehmen, kann es hier locker noch ewig nach oben pumpen. Aber gut, Vorsicht! Erstmal vor weiteren Trades, wer drin ist, deckt euch mit Profiten ein, sage ich mal, genießt die Profite, nicht zu gierig werden. Und ganz zum Schluss noch Phantom, habe ich auch noch die Woche im Blick. Aus dem Grund 200er SMA gebrochen. Ein Retest wäre noch ganz cool, sage ich mal, wenn wir den jetzt noch in den nächsten Stunden, vielleicht Tagen jetzt nochmal schaffen. Dann würde ich mir auch hier überlegen, eine mögliche Long, eine mögliche Swing-Position aufzubauen. Müssen wir mal schauen, ist momentan noch ein bisschen zu früh. Wenn ich hier den Zug verpasst, dann ist es so, nicht in einem Zug hinterher rennen. Ansonsten, News gibt es momentan keine, ganz ehrlich. Wenn es welche gibt, stelle ich sie euch in die Telegram-Gruppe. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Genießt die Profite, die ihr möglicherweise gemacht habt. Wenn es irgendwas gibt, halte ich euch in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden. Kommt da gerne rein. Ansonsten, schönen Start in die Woche. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Ja, wünsche euch einen schönen Tag und wie immer. Ciao, ciao. Stay crypto.